Willkommen zu unserem spannenden Video über die Vorhersagen für dein Sternzeichen im August. Bist du bereit zu erfahren, was die Sterne für dich bereithalten? Lass uns direkt loslegen. Hey Vida! Im August sprühst du vor Energie und Tatendrang. Dies ist der perfekte Monat, um neue Projekte zu starten und alte Pläne in die Tat umzusetzen. Deine Durchsetzungsfähigkeit wird dir viele Türen öffnen. Aber pass auf, dass du nicht zu impulsiv handelst. Manchmal lohnt es sich, kurz innezuhalten und nachzudenken. Hallo Stier! Der August bringt dir eine Welle von Stabilität und Komfort. Du wirst Zeit finden, dich zu entspannen und deine Batterien wieder aufzuladen. Es ist auch ein guter Monat, um finanzielle Entscheidungen zu treffen. Doch sei vorsichtig mit deinem starren Kopf. Flexibilität kann dir helfen, unerwartete Chancen zu nutzen. Hey Zwillinge! Dieser August wird kommunikativ und aufregend. Du wirst viele Gelegenheiten haben, neue Leute kennenzulernen und interessante Gespräche zu führen. Deine Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit werden dir helfen, dich in verschiedenen sozialen Kreisen wohlzufühlen. Aber hüte dich vor zu vielen Ablenkungen. Fokussiere dich auf deine wichtigsten Ziele. Hallo Krebs! Der August wird emotional und erfüllend. Du wirst tiefe Verbindungen zu deinen Liebsten spüren und viel Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Dein intuitives Gespür hilft dir, die Bedürfnisse deiner Mitmenschen zu erkennen und darauf einzugehen. Achte jedoch darauf, dich nicht in den Emotionen anderer zu verlieren. Deine eigenen Bedürfnisse sind genauso wichtig. Hey Löwe! Dein Geburtsmonat wird strahlend und voller Glanz. Dies ist deine Zeit, um im Rampenlicht zu stehen und deine Kreativität zu zeigen. Deine natürliche Ausstrahlung wird dir viele Bewunderer bringen. Achte jedoch darauf, dass du nicht übermütig wirst. Eine gesunde Portion Bescheidenheit wird dir guttun. Hallo Jungfrau! Im August kannst du deine organisatorischen Fähigkeiten voll ausspielen. Dies ist ein großartiger Monat, um deine Projekte zu planen und Details zu perfektionieren. Deine Disziplin wird dir helfen, große Fortschritte zu machen. Vergiss aber nicht auch mal eine Pause einzulegen und die kleinen Dinge im Leben zu genießen. Hey Vage! Der August bringt dir Harmonie und Ausgeglichenheit. Du wirst dich in sozialen Situationen wohlfühlen und viele neue Freundschaften knüpfen. Dein Sinn für Gerechtigkeit und Fairness wird dir in Konflikten helfen, den richtigen Weg zu finden. Achte jedoch darauf, dass du nicht zu sehr versuchst, es allen recht zu machen. Deine eigenen Bedürfnisse zählen auch. Hallo Skorpion! Der August wird intensiv und leidenschaftlich. Du wirst tief in deine Projekte und Beziehungen eintauchen. Deine Entschlossenheit und dein Fokus werden dir helfen, Hindernisse zu überwinden. Sei jedoch vorsichtig mit Eifersucht und Misstrauen. Vertrauen ist der Schlüssel zu starken Bindungen. Hey Schütze! Der August wird abenteuerlich und voller Möglichkeiten. Dies ist die perfekte Zeit, um neue Horizonte zu erkunden und deine Perspektive zu erweitern. Deine Optimismus wird dir viele Türen öffnen. Achte jedoch darauf, dass du nicht zu unbedacht handelst. Eine gute Planung kann dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Hallo Steinbock! Im August wirst du viel Erfolge in deinen beruflichen und persönlichen Projekten sehen. Deine harte Arbeit und Disziplin zahlen sich aus. Dies ist auch ein guter Monat, um langfristige Pläne zu schmieden. Vergiss jedoch nicht, auch Zeit für Entspannung und Vergnügen einzuplanen. Balance ist der Schlüssel. Hey Wassermann! Der August wird innovativ und erfrischend. Deine kreative und unkonventionelle Art wird dir helfen, neue Lösungen für alte Probleme zu finden. Du wirst viele inspirierende Ideen haben. Achte jedoch darauf, dich nicht zu sehr in deinen Gedanken zu verlieren. Setze auch konkrete Schritte, um deine Visionen zu verwirklichen. Hallo Fische! Der August wird träumerisch und intuitiv. Du wirst dich in deiner Kreativität verlieren und viele neue Inspirationen finden. Deine Empathie und Sensibilität helfen dir, tiefe Verbindungen zu anderen aufzubauen. Sei jedoch vorsichtig, dich nicht in Tagträumen zu verlieren. Ein wenig Bodenständigkeit kann dir helfen, deine Träume zu verwirklichen. Das waren die Vorhersagen für dein Sternzeichen im August. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, einen Daumen hoch zu geben und unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren astrologischen Updates zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und möge der Kosmos immer auf deiner Seite sein!